Zitate, Kernaussagen aus Vorträgen von Bruno Gröning Vertraue und Glaube, es hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Der größte Arzt aller Menschen ist und bleibt unser Herrgott. Kein Mensch kann heilen, immer nur einer ist es, Gott. Gott ist nichts unmöglich. Gott hat den Menschen schön, gut und gesund geschaffen. So will er ihn auch haben. Ursprünglich waren die Menschen ganz mit Gott verbunden. Da war nur Liebe, Harmonie und Gesundheit. Es war alles eins. Die Krankheit gehört nicht zum Menschen. Reich sein heißt gesund sein. Geld ist Macht, Gesundheit ist Allmacht. Willst du deine Gesundheit haben, dann höre auf mit allen Klagen. Klagen sagen führt zum Verzagen. Zwei Herren können sie nicht dienen. Nicht auf der einen Seite dem Bösen und auf der anderen Seite Gott. Was sie aufnehmen, was sie annehmen, das haben sie. Würden sie immer nur Gutes annehmen, das Böse beiseite stellen, haben sie immer das Gute. Der Mensch handelt nach seinem Willen, wie der Wille, so der Gedanke. Der Gedanke bewegt den Menschen zur Tat. Deine Gedanken gestalten dir das Leben, wie du es lebst. Um nur einen Gedanken aufzunehmen, braucht der Mensch Kraft, braucht er Energien. Und daher muss er erst recht immer dafür sorgen, dass er täglich neue Energien aufnimmt.